Hey, Vici-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vici-Magic Art-Folge auf eurem magischen Hexenkunst- und Art-Channel. Mein Name ist Hexe Sandra und heute... Ja, wann wird sie endlich mal aufhören, Art-Supplies zu kaufen? Ich glaube nie. Wir schauen rein. Ich bin gespannt was drin ist. Immer eine große Freude ein Päckchen zu öffnen, das ist manchmal wie ein Rätsel. Es ist noch früh am Morgen. Ich treffe hier nicht den Riss. Papier! Nein! Ein Farber Castellkasten mit Polychromos. Okay. So, schauen wir uns das doch mal an. Das sind diese Radiergummis. Das ist komische Werbung, die keiner braucht. Noch mehr komische Werbung. Das sind diese üblichen Knetradiergummis. Die sind gut, damit kann man tupfen. Und dann geht schon ein bisschen Lineart-Linie weg. Und dann kann man das praktisch so aussehen lassen, als hätte man dann nie mit Bleistift etc. vorgearbeitet. Ja, das ist der Farber Castellkasten mit 24 Farben. Die Polychromos sind... Also Farber Castell natürlich Made in Germany sind... Ähm... Ja, ganz besondere Stifte, teure Stifte. Ich meine auch Wasser löst mich. Wasser anlöst mich. Ähm... Die lassen sich ziemlich gut verblenden. Da ist hier ein Beispiel drin. Hier zum Beispiel... Ja, das sieht man dann auch schon durch die Mischung von Cyan & Gelb. Einfach dann das Grün... Genau, hier ist die Wasseranlösung für große Zeichnungen und Aquarellieren. Das sind die Albrecht Dürer, Markus. Albrecht Dürer ist ja ein Künstler, auch von Faber-Castell. So, die Polychromos. Ich werde natürlich den Kasten gleich wegwerfen. Ja, 24 Farben, mehr gibt es hier nicht. Ich habe ja meinen tollen Kasten und da werde ich das Ganze reinsortieren. Und zwar habe ich das so gemacht, dass die Grüntöne mit den restlichen Tönen, also braun und grau und schwarz, zusammen sind. Und dann blau und lila Töne, ja, weil da ist ja blau mit drin. Und dann die rot-orange-gelb Töne zusammen. Ja, kam alles heile an. Sollte eigentlich erst Ende nächste, übernächste Woche kommen. Freue ich mich. Können wir dann auch swatchen. Können wir dann ausprobieren. Jetzt erst mal hier das Unpacking zu diesen Stiften. Ich bin gespannt. Ich habe noch nie mit diesem Medium gearbeitet. Ich hatte mich ins Aquarelieren langsam eingefunden. Mal gucken, wie ich das hinkriege, wenn ich das mit den Stiften mache. Dann wird es vielleicht ein bisschen sauberer. Mal schauen. Bin ich gespannt, dass denn die Farber Castell Polychromo sind. Ist Künstlerfarbe. Ja, es ist Künstlerqualität. Hochwertige Künstlermaterialien. Und das kostet natürlich... Da hat man aber auf jeden Fall auch was davon. Und ich bin echt gespannt. Ich bin neugierig. Ja, schauen wir mal, was das Ganze dann so bringt, wie es sich verläuft mit diesen Stiften. Bei mir auch im Zeichen Lernprozess.